Weißt du, Naumann sagt das auch immer, dass es super richtig ist, die Gebäude live zu sehen. Und wir gucken halt immer Fotos an, Videos. Dein Tutor ist bekanntlich ein Idiot. Warum klaust du ihn? Zum Beispiel die alte Abwehrstation von den Amis. Warst du da schon mal? Nee, kenn ich noch nicht. Ich hab einen Flyer dabei. Hey, wo ist meine Tasche? Alter, jemand hat meine Tasche geklaut. Hier? Ja, ich hab die genau hier hingelegt. Schwarze Baumwolltasche mit Aufdruck. Man hatte mich angerufen und meinte, dass alles gefälscht ist. Ich hatte keine Zeit, es zu überprüfen. Aber wenn sogar nie, halt als quasi Laie, bemerkt, dass das alles Plagiate sind. Das ist Betrug, dafür fliege ich von der Uni. Hast du vielleicht mal versucht, mit diesem Oliver zu reden? Ich muss dir entsorgen. Hey, Luis, das ist total hirnrissig. Du. Wow. Ey, geiles Video, oder? Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, drückt einfach hier rauf. Und wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, drückt hier rauf. Es wäre natürlich cool, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert. Und deswegen abonnieren. Na los, abonnieren.